Hallo zusammen, schön, dass ihr reinschaut hier zur ersten Folge Filmen lernen. In diesen Folgen lernt ihr Schritt für Schritt das Filmen, welche Parameter ihr dazu einstellen wollt und das ist für all diejenigen interessant, die vom Automatikmodus ihres Camcorders wegkommen wollen, die vielleicht mit einer DSLR, DSLM-Kamera oder mit so einem kleinen professionellen Camcorder filmen wollen und nicht so recht wissen, wie sie denn die Verschlusszeit, die Blende und die ISO einstellen sollen. Apropos, wisst ihr, was diese Parameter bedeuten? Wenn nicht, dann kommt ihr wahrscheinlich nicht aus der Fotografie und dann ist es wirklich ratsam, dass ihr euch zumindest mal mein Fotografieren lernen Teil 1 anschaut, denn da erkläre ich sehr ausführlich und sehr einfach und das ist auch sehr gut angekommen und verstanden worden bisher, die drei Parameter der Belichtung. Denn um ein Bild zu belichten, brauchen wir diese drei Parameter, nämlich Verschlusszeit, Blende und ISO. Warum wir einen vierten Parameter beim Filmen noch brauchen, dazu kommen wir dann später. Das bauen wir alles ganz einfach Schritt für Schritt auf. Also für all diejenigen, die mit diesen Begriffen nichts anfangen können, bitte zuerst Fotografieren lernen Teil 1 anschauen, damit ihr so die Grundlage der Belichtung eines Fotos überhaupt verstanden habt. Warum ist das wichtig? Ganz einfach, weil Filmen eine Aneinanderreihung von einzelnen Fotos ist. Also wir Menschen nehmen ja zwölf Bilder pro Sekunde als eine flüssige Bewegung wahr. Wenn wir acht Bilder pro Sekunde nur verwenden würden, dann wäre es sehr rucklich und wir würden es nicht als fließende Bewegung wahrnehmen. Ab zwölf Bilder pro Sekunde spricht man davon, dass der Mensch es als ein Video begreift und wir filmen ja meistens mit 24 Bilder die Sekunde oder 25 Bilder die Sekunde, in sehr seltenen Fällen auch mit 50 Bilder die Sekunde. Jedenfalls ist das das, was wir ausgeben. Natürlich filmen wir auch mit höheren Frameraten, aber das ist eben das, wo wir hinwollen. 24, 25 oder 50 Bilder die Sekunde als Ausgabeformat. Also wichtig ist zuerst mal zu verstehen, dass es eine Aneinanderreihung von kleinen Fotodateien hintereinander in einer Sekunde ist, damit wir es als flüssige Bewegung sehen. Ihr zum Beispiel seht jetzt mich in 25 Bilder die Sekunde und deswegen ist meine Bewegung auch flüssig und nicht so abgehackt, wenn ich nur fünf Bilder die Sekunde jetzt abspielen würde. Wichtig dazu zu sagen ist noch, dass ihr wirklich keine Angst haben braucht, wenn jetzt hier so ein professioneller kleiner Camcorder steht. Meine Videos sind so ausgelegt, dass sie schwerpunktmäßig das Filmen mit DSLRs, DSLMs und aber auch kleinen professionellen Camcordern beschreibt. Alles, was wir in so einem professionellen Camcorder einstellen, stellen wir im Grunde auch an einer DSLM oder DSLR ein. Wenn ihr also dann verstanden habt, wie man ein Foto belichten sollte, damit es korrekt belichtet ist, dann habt ihr auch verstanden, wie ihr das einzelne Videoframe belichtet, das ja dann aneinandergereiht eine Sekunde Video gibt, wenn es vielleicht zum Beispiel 25 Bilder sind. Also ihr habt schon mal gelernt, dass wir als Ausgabe 24 Bilder verwenden. Das verwendet der Kino-Standard für Online-Filme wie zum Beispiel auf YouTube-Plattformen ist sehr beliebt hier in Europa. 25 Bilder die Sekunde und für schnelle Bewegungen wie zum Beispiel ZDF-Fußball hat lange Zeit in 50 Bilder die Sekunde ausgestrahlt. Weiß ich jetzt gar nicht, ob das überhaupt momentan noch der Fall ist, aber da bei Sport nimmt man gerne ein bisschen eine schnellere Framerate, die dann am Ende rauskommt. Aber das muss man eben unterscheiden, das Endergebnis muss man unterscheiden von dem, was man filmt. Filme ich zum Beispiel ein Video mit 50 Bildern die Sekunde und ich weiß aber im Vorhinein, dass ich ein 25 Bilder pro Sekunde Video für YouTube brauche, dann kann ich zum Beispiel, wenn ich mit 50 Bilder hier filme, eine verlustfreie 50% Zeitlupe aus dem Material machen, ohne dass es zu ruckeln anfängt. Denn 50 Bilder durch zwei sind 25 Bilder. Das bedeutet, ich kann das Videomaterial um die Hälfte verlangsamen und habe immer noch 25 Bilder pro Sekunde und das gibt eine super flüssige Zeitlupe. Besser ist es natürlich, wir können mit 250 Bilder die Sekunde vielleicht sogar aufnehmen, denn daraus können wir dann ja eine 10-fach Zeitlupe generieren, ohne dass wir Frames einbüßen. Also 250 durch 10 sind 25 Bilder die Sekunde genau das, was wir vielleicht für das YouTube-Endergebnis brauchen. Im heutigen Video soll es um die Shutter-Zeit, also die Verschlusszeit gehen. Im Videobereich wird ja sehr viel in Englisch ausgedrückt. Zum Beispiel haben wir hier bei der ISO oft den Begriff Gain. Das ist nichts anderes wie ein Preset, das ich festlege. Also ich sage, die Kamera hat drei Gain-Stufen zum Beispiel und sage, Gain 1 ist 500 ISO, Gain 2 ist 1000 ISO, Gain 3 ist 2000 ISO. Das sind fest hinterlegte Werte. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir trotzdem von ISO oder früher auch ASA reden. Lasst euch dadurch durcheinander bringen. Wir reden weiterhin von ISO, wir reden weiterhin von der Blende, wird im Filmen auch gerne Iris genannt und wir reden weiter von der Verschlusszeit oder gerne mal Shutter genannt. Beim Video ist es ja nicht wie bei der Spielreflexkamera ein Bild mit Verschluss, sondern hier reden wir von einem elektronischen Verschluss, der dann eben durch das elektronische Signal des Sensors steuert, dass 25 oder 50 Bilder in der Sekunde aufgenommen werden. Aber da ist eben kein mechanischer Verschluss mehr davor, wie wir das aus der Fotografie kennen. In den nächsten Videos erkläre ich euch dann die ISO und die Blende. Heute soll es aber nur um die Verschlusszeit gehen und deshalb auch mein Intro. Warum erzähle ich euch das eigentlich mit den Bildern pro Sekunde? Wie viele Bilder in der Sekunde wir schießen? Das ist nämlich wichtig zu wissen, um zu verstehen, welche Verschlusszeit wir einstellen. Beim Filmen ist es etwas anderes wie beim Fotografieren. Beim Fotografieren können wir die Bewegung entweder verschwimmen lassen, wenn wir eine lange Verschlusszeit wählen oder wir können sie einfrieren, wenn wir eine kurze Verschlusszeit wählen. Beim Filmen ist das anders. Professionelle Filmer filmen kontinuierlich mit einer festen Verschlusszeit, unabhängig davon, wie sich das Umgebungslicht verändert. Wie das möglich ist, dazu kommen wir noch. Sicher habt ihr mal von der Regel gehört, dass man die Verschlusszeit mal zwei des Videoprojekts nehmen muss. Das bedeutet, möchte ich 25 Bilder pro Sekunde auf YouTube hochladen, dann muss ich das Videomaterial mit einer Fünfzigstel belichten. Aber woher kommt das eigentlich? Den Ursprung hat das Ganze in der analogen Filmografie. Denn hier hat man für das Kino den Standard 24 Bilder pro Sekunde gebraucht. Da aber der Film ja auch noch nach jedem Frame weiter transportiert werden muss, musste man eine gewisse Zeit drauf rechnen. Denn wenn ihr mal überlegt, wenn ich ein 25P-Video, also ein 25-Frame-Video hochladen möchte auf YouTube, dann würde es ja völlig genügen. Ich belichte jedes einzelne Frame exakt die Zeit, eine Fünfundzwanzigstel. Das wäre exakt die Zeit, die ich ein Frame belichten kann. Und das würde doch funktionieren, oder? Richtig, das würde funktionieren. In der analogen Zeit hat es aber nicht funktioniert, weil der Film ja nach jedem Frame nochmal weiter transportiert werden muss. Also hat man nur die halbe Zeit belichtet, damit die andere halbe Zeit der Film weiter transportiert werden kann. Das ist der Ursprung aus der Filmtechnik. Aber warum machen wir das heute noch? Und das hat etwas mit der Verwischung des Bildes zu tun. Denn wenn ich jetzt eine Fünfundzwanzigstel einstellen würde, dann würde das zwar funktionieren, weil jedes Frame eine Fünfundzwanzigstel belichtet wird, also länger dürften wir auf keinen Fall belichten, denn dann würden wir länger belichten, als wir Frames in dieser Sekunde unterbringen würden. Ich weiß, das ist am Anfang vielleicht ein bisschen verwirrend. Schaut es euch einfach noch ein paar Mal an, dann habt ihr es vielleicht auch intus. Also ich könnte jedes Frame theoretisch eine Fünfundzwanzigstel belichten, aber da kommen wir zu einem anderen Nebeneffekt. Das würde uns zu sehr verwischen. Also wenn ich jetzt hier so eine schnelle Bewegung durchs Bild mache, also wenn ich jetzt hier meinen Arm so schwinge, dann würde eine Fünfundzwanzigstel dazu führen, dass mein Arm total verwischt wäre, wohingegen eine Fünfzigstel ihn zwar immer noch verwischen lässt, aber es wirkt harmonischer. Ich erkläre euch das an einem anderen Beispiel. Stellt euch mal vor, hier würde durchs Bild eine dicke Hummel fliegen. Wenn ich das Bild jetzt mit einer Fünfzigstel belichte, dann bedeutet das, dass die Hummel weich fotografiert wird. Das heißt nicht scharf, denn dazu bräuchte ich eine kurze Verschlusszeit von einer Fünfhundertstel oder einer Tausendstel sogar. Würde ich das jetzt beim Fotografieren einstellen, vielleicht, weil ich zu viel Licht habe, möchte ich die Verschlusszeit kürzer machen, dann wäre die Hummel abgehackt. Das bedeutet, die Hummel würde in der Luft 25 Mal fotografiert im Grunde, mit einer kurzen Verschlusszeit und sie würde jedes Mal auf jedem einzelnen Frame nur punktförmig auftauchen. Das wiederum, wenn wir zum Beispiel auch andere bewegte Objekte jetzt mit einbeziehen, Vögel oder ihr filmt die heranrollenden Wellen vom Ufer oder an den Strand, dann würde eine kurze Verschlusszeit dazu führen, dass das Bild einfach abgehackt und unruhig wirkt. Das fällt dem Laien nicht unbedingt auf, aber der Profi sieht das. Das mal nur so am Rande. Natürlich könnt ihr auch eine kürzere Verschlusszeit verwenden, wenn es überhaupt nicht anders geht. Also wenn ihr einen Highframe-Film machen wollt mit einer Zeitlupe, dann macht man das sowieso, weil man möchte dann jedes einzelne Frame auch scharf abbilden und darf ja sowieso nicht länger belichten als die Framezahl. Das heißt, wenn ich 250 Bilder die Sekunde aufnehme, muss ich ja mindestens mit einer 250 auch belichten, besser dann aber mit einer 500, denn da ist es gewünscht, dass jedes einzelne dieser vielen Frames, die wir dann haben, sehr scharf ist und eingefroren. Wenn wir aber hier so ein Video machen wie jetzt gerade, dann filmen wir generell, egal ob das Landschaft ist oder irgendwas, standardmäßig mit einer 50. Das liegt ganz einfach daran, dass Wischbewegungen harmonisch wirken. Das heißt, die Hummel, die einmal hier so eine Schleife durchs Bild fliegt, die wirkt einfach harmonisch, genauso wie meine Bewegungen gerade, wohingegen, wenn die Hummel nur 25 Mal irgendwie im Bild auftaucht, dann wäre das eben ein abgehacktes Endergebnis, dass der Profi sieht, der Laie eher weniger. Als Faustregel gilt also ganz einfach, wir filmen immer Framezahl mal 2. Das bedeutet, ich möchte ein 25p Video am Ende haben und filme somit in einer 50stel. Nehmen wir zum Beispiel an, ich würde jetzt hier mit dieser Kamera, das geht aber natürlich auch mit jeder anderen, 50p filmen, also ich möchte Full HD 50 Bilder die Sekunde filmen, dann ist es vielleicht ratsam, ich stelle eine Hundertstel ein. Es ist aber hierbei völlig denkbar und auch legitim, hier auch noch eine Fünfzigstel einzustellen. Aber merkt euch einfach die Faustregel, wenn ihr genug Licht habt, filmt ihr mit 50p, stellt eine Hundertstel ein, filmt ihr mit 25 Bilder die Sekunde, dann stellt eine Fünfzigstel ein. Filmt ihr eine Zeitlupe hingegen mit 250 Bilder oder 500 Bilder, dann müsst ihr nicht zwingend immer das Doppelte einstellen, eine Fünfhundertstel oder im Ernstfall eine 250 würde hier auch funktionieren. Ich sage mal, aus Erfahrung würde ich bei einem Video mit 250 Bildern die Sekunde trotzdem noch eine Fünfhundertstel einstellen, einfach damit das einzelne Frame schärfer abgebildet wird, denn bei einer Zeitlupe schaut man sehr genau hin, die Bewegung wird sehr langsam dargestellt, man möchte die Details erkennen, also würde ich da schon eine Fünfhundertstel nehmen. Wenn ihr allerdings mit 500 Frames filmt, müsst ihr nicht zwangsläufig eine Tausendstel einstellen, was auf jeden Fall Fakt ist, länger dürft ihr nicht einstellen als die Framezahl, denn sonst würde das Bild verwischen und es würde einfach zu lange belichtet, als die Frames innerhalb der Sekunde unterbringbar sind. Wenn ihr jetzt glaubt, das war echt kompliziert und viel zu viel, dann tröste ich euch gleich, denn jetzt kommt schon die Zusammenfassung des Gehörten. Viel mehr kommt bei der Verschlusszeit jetzt erstmal nicht dazu. Also, ihr habt heute gelernt, Filme werden ausgegeben in entweder 24 Bilder die Sekunde Kino oder zum Beispiel auf YouTube lädt man durchaus im Standard 25 Bilder die Sekunde hoch und wenn es eine sportliche Aktivität ist, dann gibt man das auch mal gerne in 50 Bilder die Sekunde aus. Ich habe auch schon auf YouTube einige Filme entdeckt, die mit 50 Bilder die Sekunde tatsächlich auch hochgeladen werden. Das erkennt ihr immer, wenn ihr unten auf die Auflösung, rechts unten auf das Zahnrädchen klickt, da steht dann zum Beispiel 1080p, das ist dann Full HD und daneben steht dann 50p. Dann seht ihr, aha, derjenige hat das sogar in 50p hochgeladen. Aber ich zum Beispiel, alle Videos, die ihr bei mir schaut, die sind generell mit 25 Bildern die Sekunde dort hochgeladen worden. Das sind die Standards. Mehr müsst ihr dazu erstmal gar nicht wissen. Wenn ihr das begriffen habt, dann wisst ihr auch, okay, wie müsst ihr denn eure Kamera die Verschlusszeit einstellen? Blende und ISO erkläre ich euch dann im nächsten Video. Aber wichtig ist jetzt erstmal hier, wie stelle ich denn die Verschlusszeit ein? Wenn ich zum Beispiel ein 25p Endergebnis will, dann stelle ich also immer die doppelte Verschlusszeit ein, in dem Fall dann eine Fünfzigstel. Im nächsten Video geht es dann um die Blende und ich verrate euch jetzt schon mal, dass wir meistens mit ganz offener Blende filmen und jetzt jeder, der sich ein bisschen auskennt in der Belichtung, der weiß jetzt, hm, das haut ja gar nicht hin. Wir haben eine relativ lange Verschlusszeit mit einer Fünfzigstel, wir haben eine offene Blende, dann haben wir doch viel zu viel Licht und wie wir das dann wieder dunkler bekommen, das denken sich jetzt natürlich schon einige. Aber für die Anfänger halte ich diese Information jetzt nochmal zurück. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut zu mir, so Gott will, zu einem nächsten Video und bis dahin, auf Wiedersehen, Tschüss.